Also bitte Jungs und Mädels, tut mir ein wenig, dann guckt das wir hier oder schnell vorher erst bei Level 38 und bis dahin bin ich, äh, ob ich im Bad stehe schon. Soja, welches Level bist du eigentlich jetzt? 25. Das heißt wir müssen dich auch noch ein bisschen nach 30 schicken. Oh, äh, Babylon, schon wieder, Digga, aber ich geh jetzt außen rum, ich hab jetzt keinen Bock da oben rum zu gurken, das möge ich jetzt einfach nicht. Probier mal die PDW ohne wie sie ausfällt. Okay. Danke. Stellung. Sichert das Zielobjekt. Beide haben die Stellung erhobert. Stellung wurde gesichert. Gewehr auf. Ach, Digga, schütt mich hier aus. Ach, Digga, du hästiger, fetter Bastard. Ne, ja, netter Mensch. Ne, das geht sogar der Salonzeit. Stellung lokalisiert. Schalt jetzt einfach mal auf die Stellung jetzt. Stellung aktiv. Stellung wurde gesichert. Einliche Drohne im Anflug. Ach, von der Seite schon. Ach, ich fühl das große Mag nicht an dem. Oh. 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 Ach. Woher kommst du denn? die kleinen wichser da Bist du blind oder was? Ich hab da daneben geschossen Du scheiße Egal wo ich mich denn bitte hin Naja das ist nicht wie das kacke Mann ich hieß drauf und geh dritten in den Grillnet was ist los? Jetzt kommt schon wieder zurück Entraut euch was Och man ihr hässlichen ausgepimmelten Hurensöhne Hurensöhne alter 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 Mann! Aber bitte sag mir nicht, ich hab hier kein Plünderer drinnen. Ja, das ist auch hobby. Die Stellung wurde gesichert. Ach, Digga, er ist direkt vom Platz. Hast du gespunnt? Meine haben die Stellung erobert. Die Stellung wurde gesichert. Ach, Mann, du hässlich. Ah, Bastard. Stellung identifiziert. Flieger Baumwolf ist wieder kein. Digga. Tch. G América. G Ingいました. Gäste? Gäste? Gäste, die penny verneid. Aber hier ist irgendwie drin. Wir sind gerade hin und hin. Ach, Digga. Fettnigga. Nette Menschen. Ach, Digga. Ach, von hinten dann auch noch. Ah, Lendenbruch. Digga. Soll Granate. Wie die da zu mir springen und mich killen wollen. Das ist abartig. Mein Gott, Digga. Ach, Mann. Ich bin froh, wenn bald wieder Hardcore wieder da ist. Ganz ehrlich. Ich bin froh mit... Ach, Mann, du hässlicher Penner. Digga. Ist das. Ah, ich weiß nicht. Das ist der Fall. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Bist du jetzt 26? Ich weiß nicht. Kannst du mir gleich sagen. Okay, ich bin so froh, wenn wir bald Hardcore wieder zocken, ganz ehrlich. Ich habe einen Neustart. So Überprüfung, Austausch, bla bla bla, abartig, ja bin 26, gut super, dann habe ich jetzt halt die Dings nicht mehr als Zweitwaffe. Kann eine Wuchen so in dem 4 bauen, Alter. Gott, das Lied ist geil. Ich habe hier nur noch meine Zwischenbeilagen. Ich habe hier einen Neustart. 27 wie lang geht die waffe bis 30 glaube ich bis 43 geht die waffe die c9 geht bis 43 bis man erst die bis schneller feuer hast digga kann ich ja dort lange dann müssen wir auf jeden fall was man zu tun also meiner m4 ist 38 mit mittlerweile der rosa mp nee digga nee du fetter digga netter mensch ja mit mir kann man halt nicht einfach so rum springen wir sitzen da oben und warten ja das war ein gegner digga ich hab den jetzt gefühlt 20 oder 30 ach Gott wir fangen ja noch zu zusehen alle abben Das gibt's nicht. Das gibt's einfach, nalte. Achso, mich triffst du? Digga. Lass den Biss. Digga, was ist das denn bitte? Digga, genau. Digga. 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 DIGA Warum schmeißen die Granaten? Ja, die sind high for life, alter. Ja. Okay, hab'n Ababschuss. Och Digga. Ruhig euch mal bitte. Schick deinen Wachhund Heli über meine Position. Aufklärungspuls aktiviert. Jetzt kommen sie wieder auf der Seite. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Feindliche Drohne in der Luft. Wir gewinnen. Ach, das gibt's doch nicht. Warum? Boah. Digga, das gibt's. Wir sind jetzt in Führung. Gibt's eine Dämpfe? Sogar der Helikopter. Schnauze da vorne jetzt. Uah, ja. Habe doch gar nichts zu melden. Wieso sind das eigentlich alles gerade hier Deutsche, Digga? Keine Ahnung. 20, 20. Ich kann's nicht mehr hören, ey. Wieso alle Deutsche? Versteh' ich jetzt noch. Die kämpfen Kriegner, Mann, Digga. Alle Deutsche Namen gehabt, Digga. Auf jeden Fall zwei oder drei. Oh, war ich ein Level? Äh, ja. Ich bin dritter. Fünfter. Keine Ahnung. Halt die Schnauze, du Gnäger, schnell. Ich sag. Fünfter. Sind wir mal kurz was mit... gum.. Gantek. Sorry. Das musst du jetzt mal sein. ich habe meinen klaren tag eingegeben ich habe die ganze zeit auch mal ein level noch nicht glücklich also ja wenn du 30 bist dann bist du noch glücklicher das spiel dann ist eigentlich wirklich wurscht sehen und bruce will ist egal wenn ich deutsch bin dann sind die japsen deutschen namen sind auch mann du hässlicher bastarden netter mensch netter mensch ja bald geht oh gott nein die peacekeeper ist halt wieder ja ok wir verlieren wir verlieren A wir haben A verlohn wir haben A verlohn wir regeln Charly ab wir regeln Charly ab Charly wird gesichert wir haben A verlohn regeln alle Zonen ab Charly gesichert Ach du hässlicher Bastard Lizard von F An. Höh. Töse Schäu von F von F von F auf Förder Objekt An. Töse Schäu von F G Das gibt es doch nicht. Ich schieße drauf, ihr stirbt nicht. Ich schieße drauf, ihr stirbt nicht. Ich schieße drauf, ihr stirbt nicht. Wir haben dich verloren. Wir haben Charlie verloren. Wir verlieren Alpha. Beginner Objekteinander. Bravo gehört uns. Ja. Wir haben Alpha verloren. Das sind drei Leute. Drei fucking Leute. Drei fucking Leute. Wir kontrollieren Zone C. Starte die Eroberung. Einfach gesichern. Wir sind in Trierung. Wir halten A. Wir erobern B. Wir haben A verloren. Aua, meine Klöten. Ich bin mein Zielobjekt. Feindliche Fernleckladung in 6. Tone Bravo gesichert. Feindliche Fernleckladung. Wir regeln Charlie ab. Ach, meine Arschgeige. Das fühlt sich weg. Egal. Egal. Ja... Was ist das? Da sind zwei, drei Leute, die... Das war klotz nicht. Wir haben B verloren. Ja, jetzt schießt sie ihn ab, wenn er... Warte, da kommt einer. Ja. Warte. Ja. 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 Ja, Heli, jetzt kommen sie mit ihren Sachen raus. Digga, ich war doch auf seinem Drecksmaul. Ja. Nein, du ja nicht. Das gibt's doch echt, ne? Nehmt dieses dämische Scheißgebiet ein und wo er ist, äh... Ja. 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 Ja, das gibt's so nicht. Drei Leute haben mich schon wieder versucht anzugreifen. Jawoll, BMI gesetzt. Das ist echt. So, Jungs und Mädels. Was wir hier grad versuchen, ist... Rauch, Digga! Äh, Aki noch auf Level 30 zu schaffen. Ist wahrscheinlich mal hier hinter dem Morgen. Ja. Ach Digga, wo eben ich denn jetzt bitte hin? Digga, da wird schon wieder einer einnehmen. Ja, wir haben verloren. Ja. Ihr Runde verlieren immer wieder. Ganz, ganz, bitte. Ja. Ach mann, du kleine Arschlochhure, Digga. Und dann sogar... Ach, stopp. Ach. Und du dritter. Drei und so, die drei und so. Komm durch. Ja, ja. Ja, fast only Eddie. Genau. Trotzdem ist er dritter. Ja. Hm. Wie kommt das? Ja, ja. Prost. Wenn das... Okay. Wie sieht's aus? Immer noch 26. Nicht für viel. Okay. Würde ich mal sagen, eine letzte Runde für die Aufnahme? Schau mal, dass wir dieses Mal... Ah, nee. Alter, ich bin nicht zu müde dafür, ey. Dann mache ich noch die letzte Runde. Fertig. Ja. Und mich macht das jetzt doch noch mit. Na, jetzt macht das doch noch mit. Ja. Ja. Da haben wir ja immer gewonnen, ein bisschen. Ich hoffe, dass wir es diesmal auch wieder hinkriegen. Aber weißt du, was gut ist? Dass die Lobby sich erinnert. Also, dass wir nicht immer mit denselben Leuten drin sind. Das ist sehr gut. Ich habe hier ein Lead, aber ich weiß nicht, wie es genau heißt. So. Oh. Ah, haltet. Ne, na. Erst ne habe ich schon mal. Ich sehe immer wieder das Knie weggewichst. Wir sind in Führung. Wir sind in Führung. Das ist ein Mad. Jawoll. Segal du fetter. Hab. Hab. Ja klar. Digga, warum rennst du auch erst rückwärts, wenn dein Kollege getötet wurde, du Idiot. Das HRZ hat richtig abbekommen. Oh. Zweite mal das HRZ geschickt. Beschützt unser HRZ. Feindliches HRZ lokalisiert. HRZ steht unter Beschuss. Beschützt das Paket. Ach. Ach. Digga. Genau. Ach. Digga. Ach, Digga. Ja, dass sie mich gleich beschießen können, ja. Die Beine haben die Führung zerrückt. Digga. Nee, Digga. Oh, was? Jetzt kriege ich dich aber. Führung! Feindliches HRZ ausgeschaltet. Eine Leiche des HRZ lokalisiert. Digga. Och, Digga. ja haben wir haben gleich zwei gleich zwei leute auch mann du hässlicher penner ja 84 dann kommt da wieder von hinten digga sauber noch mal ja ausgeschaltet ich bin froh wenn bald hardcore und dass wir dann team deadman spielen können ja leck mich 23 Ich bin 12, Alter. Dritter. AG! Was? Sauber. Hä? Ich bin Erster. Ich war's. Boah, ey. Machst du deinen Lieblingspruch nochmal? Guck mal, ob er jetzt 27 Quad nicht ist. Mir fehlt ein Spitze. Okay. Das war zum Sonntag. Okay. Mir fehlt wirklich genau ein Spitze. Okay. Dann würde ich sagen, mach mal dann ein Off. Wir fehlen 102 XP. Ja, noch eine runter oder wird's raus? Nee. Ja, komm doch. Jetzt leck mich wirklich. Jetzt, das bisschen müssen wir noch wangen. Es gibt ein Thermal-Visier. Ja, klar. Welches... Jedes COD ist Thermal-Visier drauf. Weißt du doch. Ich weiß. Aber ich hab's so gar nicht gecheckt. Dass wir schon einen einzelner Beta drin haben. Und vor allem gar nicht für die, äh, PDW. Mhm. So. Herrschaft. Wie weint. Aaaaah. Nochmal. So. Die wollten dir das jetzt nochmal richtig geben. Herrschaft. Ach so scheiße, ist das hässlich. Ein runter. Nein, 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 nein. Runter damit. Es muss runter. Nein, du bist jetzt nicht. Nein, das ist jetzt nicht. Nein, das ist nicht. So, jetzt können wir gerne. Warte, wie sch... Wer oben dran. Wer oben dran. Wer oben dran. Wer oben dran. So, da. Hiesho. Weck mir die Klöten, alter. Wer oben dran. Wo. Geht dran jetzt,ör. Wir erobern C. C wird gesichert. Aua, mein Arschloch. Aua, mein Arschloch. Yo. So, Jungs. Jetzt wird's... Level 27 Von hinten Basti Das wir eigentlich nur halten Nichts da Willkommen in der Mitte Wir verlieren Bravo Zwei Wir tun das einfach mal so Wir tun das einfach mal so Wir tun das einfach mal so Haben Drei Leute Drei Leute Drei Leute haben mich abgeschossen Das erwarte ich Ah Schmes Egal Das gibt es doch nicht Feindlicher Ausklärungspult im einsamengebiet Ja, super, er hat sich wieder mal in der Ecke vercampt. So, A gerettet, B holen. Ach, Digga, wo hab ich den hingeaimt? Wär so free gewesen. Oh, danke, Wasti. Bitteschön. Bitteschön. Nein, Scheiße. Die haben A. Ja, weil einer wieder so dämlich da gecampt hat. Wow, Alpha wird durchgenommen. Ja. So, Alpha fertig. Geh ich wieder zu Beta rüber. Und Beta ist voll. Da wird gesichert. Wir verlieren Alpha. Wir kontrollieren Bravo. Cremson, brauche Hilfe mit diesem Zielobjekt. Auf nimmerwiedersehen, Arschloch. Der Oberum läuft. Wir kontrollieren B. Gefreifen wird gesichert. Wir erobern A. Einige Ausführung ist gut im Einsatzgebiet. Binnen an. Wir haben A abgeriegelt. Ach, Mann, meiid zu blisch. das gibt es doch nicht warum man kriegen kein weg gerade wieder es ist mir wurscht hauptsache solange wir aber halten können wenn wir das nicht das gibt es doch nicht 32 so auf der Wegszeit ist mit der Errung leckend Ach Digger von hinten Scheiße Leute hört auf C1 zu nehmen C1 ist ein völlig stimmlicher Ansatz Weil sie alle wieder von vorn auf einer anderen Seite kommen Das will ich ja Das ist ja der Grund warum dann die Leute falsch spawnen Sozusagen und dann wirst du dann halt gekillt Deswegen sag ich Völliger dämmiger Ansatz Völliger dämmiger Ansatz Das jetzt zu machen Leute ihr habt das abartig Von wieder Digger Und das ist nämlich der Grund warum ich nicht verstehe Warum die Leute da Das ist nämlich der Grund warum ich das nicht verstehe Wenn die jetzt C1 nehmt dann spawnen die ganz woanders Wir erobern dich Nehme das Ziel ein Gib mir Deckung Wir verlieren Alpha Spürt ihr das? Sie sind kurz davor einzuknicken Helf etwas nach Auf Jungs verteidigt das jetzt Das gehen wir jetzt noch hin Ohja Yes Yes Uhuhu 34 14 Man auf Ja Na 28 25 Und 2 Und du bist 27 Jetzt was Ja Boah Ich hab schon viel geilere Clips in der Runde geschaffen Zweiter Drüter So Jungs und Mädels Dann würde ich sagen Verabschiede ich mich jetzt Ich hoffe es hat euch gefallen Und wir sind uns dann auf Kanal 2 Um die Game-Tests zu erschaffen Wir sind uns dann in den Let's Place von Call of Duty Black Ops 6 Und Ich würde mal sagen Hast du noch was zu sagen? Gesundheit? Ne Außer habt Spaß Sind wir beim Zocken Lass euch nicht runterziehen Und wichst immer schön Dann würde ich mal sagen Hua Wir sind uns dann in den Black Ops 6 Mal sehen Tschüdelü Bis dann.